Bei leitenden Angestellten im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes gibt es a. keine Einspruchsmöglichkeit beim Betriebsrat nach § 14 Absatz 2 Kündigungsschutzgesetz. Keine Einspruchsmöglichkeit beim Betriebsrat. Keine Sorge, wir schauen uns das gleich in Ruhe an. Das ist nicht einfach gemacht. Das gesetzliche Konstrukt ist nicht einfach. Deswegen zunächst mal nur notieren, wir werden das gleich uns genau im Gesetz anschauen. Und b. keine Begründung bei Auflösung. Keine Begründung bei Auflösung. D.h. wenn das Arbeitsverhältnis durch Auflösungsvertrag aufgelöst wird, braucht das keine Begründung. So, und das schauen wir uns jetzt mal in Ruhe an. Gehen wir mal ins Gesetzbuch.